Und die Aufnahme beginnt gerade erst. Ein bisschen später. Ich habe schon meinen ersten Elfer. Sechste Minute. Und wir spielen bei Schnee. Yes! 1-0 Führung. Ihr habt bisher nichts verpasst. Es kam gerade noch kurz zum Elfmeter. Und den habe ich reingemacht, wie ihr seht. Und das erste Schneespiel, das ich bisher habe im Online-Modus überhaupt. Es ist so unheimlich schwer, so zu spielen. Marcelo! Oh, Cassius. Gut gehalten. Ganz unten steht Ronaldo. Er kommt heran. Marcelo. Und Ronaldo. Zack. Drin. 2-0. Dankeschön. Der Torhüter war natürlich total falsch, weil er nur rauskommt. Ich glaube, er hat es auch ein bisschen anders geplant gehabt. Ja. Dankeschön. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Da habe ich Glück gehabt. Oh, komm Benzema. Komm. Oh, Benzema. Oh, Gott. Du bist doch Torjäger. Go Bale. Bale. Ah, der Ball rollt ganz anders, als ich es erwarten würde. Go Bale. Oh, was ein Pass. Wenn der ankommt, habe ich ein Problem. So unglücklich. Komm, Benzema. Zeig, was du kannst. Oh. Mittlerweile ist es 2-0 so richtig verdient. Und der Gegner gibt auf. Das war der Gegner. Alles klar. 10 Punkte. Ciao. We came in the night. Don't worry about it. Don't worry about it. Don't worry about it. I know it'll be alright. Don't worry about it. Don't worry about it. Don't worry about it. I'll take you to the future. Forget about it.